Musik Jedes Kind auf dieser Welt, jedes Kind, was in diese Welt gekommen ist, ist einzigartig. Und jedes Kind auf dieser Welt bringt etwas ganz Besonderes mit. Alle Kinder dieser Welt haben das Recht, mit Glück und mit Schutz und mit Leichtigkeit groß zu werden, erwachsen zu werden. Alle Kinder, in diesem Weltraum, ist einzigartig. Und jeder Kinder, in diesem Weltraum, bringt etwas zu ihm, die sehr wert ist. Alle Kinder, in diesem Weltraum, hat das Recht, mit Leichtigkeit, Leichtigkeit und Leichtigkeit. Vielen Dank. 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 Er hat diesen, er war, er kamen und er hat ihn zu Sänagal und er hat ihn zu begonnen. Er hat ihn, er will, er will, er will die Kinder nicht zu fassen. Er hat ihn zu sagen, er hat ihn zu sagen. Gott hat ihn auf die Taufhier, Taycir und Nadia. Er hat ihn, wenn er hier an, er ist, dass er hier ist und hier ist, er will, wir kommen und wir kommen. Ich sage ihnen, dass sie nicht in unsereresse leben leben müssen. Manche müssen die Ziele auf den Weg finden. Manche, dass sie eine Trennung da sind. Verset sie an, sie werden nicht auf die Zeit zu erfahren. Wir haben ihre Augen in den Augen. Die Menschen, die sie arbeiten, die ihnen sind. Die Eltern, ihre Eltern und ihre Eltern sollten sie unterstützen. Aber wir wollen uns jetzt arbeiten, wir arbeiten hier auf 2-4 Jahre. Wir wollen das Kontra, 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 die uns nicht mehr so lieben. Die Eltern sollten uns hier in den Sénagalen und die Menschen nicht mehr so lieben. Aber wir wollen das nicht so lieben, weil sie das nicht so lieben. Wir wollen das nicht so lieben, wir wollen uns nicht so lieben. Wir müssen uns die Augen und nicht so lieben. Damit eine Firma hat sie dazu Der Etat ist der Sénégal, die hierher kommen und die Artisten zu kommen. Sie wissen, dass die Artisten hierher kommen können. Das ist der Sénégal hierher. Wir müssen uns hierher sein. Denn wir müssen uns hierher sein. Und wir müssen uns hierher sein. Wir müssen uns hierher sein. Wir müssen uns hierher sein. Der Etat ist mein Mann. In der Sénegale sind es nur noch ein Problem, weil sie hier nicht mehr sind. Wir müssen hierher kommen. Das ist alles hier. Der Erste Anstatt muss sich hierher kommen. Aber das ist das Problem. Das ist das Problem, der wir hierher kommen müssen. Sie müssen hierher kommen, bis zum Fouther. Ihr wisst ja, das ist alles klar. Aber es ist ein ganzes Möglichkeiten, dass die Menschen hier sind und die Menschen in Sénégal sind, die Menschen hier sind. Die Menschen werden die Menschen hier verraten und die Menschen aufzunehmen. Man muss die Menschen aufzunehmen und die Menschen aufzunehmen. Wir müssen uns das aufzunehmen, um das zu müssen, um die Menschen aufzunehmen, um sie zu Hause und sie zu verraten. Das ist das eine Tolle? Ihr versteht? Er ist das ein Wunscher. Wir sind für die Fähne. Wir haben uns alle Fähne. Wir sind alle Fähne. Wir sind alle Fähne. Und wir haben uns auch ein Wunscher. Wir sind für das Fähne. Wir wollen die Fähne ein Wunscher. Wir wollen die Fähne haben. Wir wollen das Präsidenten und uns. Wir sind in der Kirche. Ich bin mein Freund, mein Nouveau-Marie Alind. Mein Freund, mein Freund und mein Freund. Mein Freund, mein Freund, mein Vater, Abdelrahman Touré. Er hat mir gesagt, dass wir uns wieder zurückkommen müssen. Der Tag, er hat uns wieder zurückgeführt. 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 Wir müssen uns wieder zurückgeführt. Wir müssen uns hierher kommen. Wir wissen nicht. Auf dem Sänagal ist eine Stärke hier dazu. Der Sänagal ist lieber eine Verraccumche. Er hat uns wieder zurückgeführt. Er hat uns wieder zurückgeführt. Wir müssen uns wieder zurückgeführt. Wir waren H себе. Wir waren noch immer noch zurück. Wir waren alle anderen. Wir waren wieder zurück. Wir waren noch immer wieder zurück. Wir wurden nicht wieder zurückgeführt. Wir waren schon wieder zurück. Wir bekamen viel zurück. Wir waren als von Alsan. eine andere Menschen in einem Socialismus. Ich bin Alsan, meine Mutter, ist ein sehr guter Mensch. Ich habe meine Mutter, die sie in der Tat, was die Mama zu hören. Meine Mutter hat sie sich auch, dass sie alle von der Tat und die wir uns alle machen. Ich habe die Frage, Herr von Abdurrahman Turey, weil sie die Ministerin sind. Der Minister ist der Kulture in der Diap, der nicht der Kulturen, der Familie, der Femm und der Femm, der Diap und der Solidarität in der Diap. Der Minister des Projekts und der Sankt und der Action Sociales in der Diap ist, weil die Kinder und Kinder und die Zukunft sind. Meine Damen und Herren, ich werde jetzt hier meine Uitribe sprechen. Wir haben eine gute Frage, aber auch die Märi, die wir in der Salle sind. Aber auch unsere Ministerin, Nene Fadmatatal, ist eine gute Frage. Die Autorität ist eine gute Frage. Die Autorität ist eine gute Frage. Aber die Artikel haben wir die Frage. Denn wir wollen die Kinder und die Kinder. Sie wissen, dass wir die Kinder trainieren. Die Kinder haben immer ein Problem. Wir haben die Probleme und die Probleme, dies ist zu schocken. Wir haben die Probleme. Sie sind die Schule und uns hier in Sénégal zu verhindern. Wir müssen es wirklich sagen, das ist die Menschen geflüchtigte. Ich bin ein Chico-Therapäude. Ich bin ein Chico-Therapäu. Ich bin ein Käufer und ein Miro-Halais. Das ist die Menschen wieder. Und wir werden alle Menschen mit ihnen verbreiten. Wir werden sie, dass sie ein Autotäne und unsere Bürgerkrieg haben. Wir wollen nicht nur in Schall, nicht nur in Schall, sondern auch die Menschen, die Menschen, die Menschen, die sie aus dem Sénégalen haben. Wir müssen die Menschen auf die Möglichkeit weiter eingebaut und die Menschen, die die Menschen, die sie in Sénégalen sind. Untertitelung des ZDF, 2020